Die richtig hinterhaltig und kritisch ist, dass es Juni ist. Und dann gibt es eine Person, die einfach ein Teufel ist. Und das ist Marc. Du bist eine Person, Marc, du bist ein 16-jähriges Kind. Du bist ein Teufel, du bist ein einfaches Teufelskind bist du. Du bist ein Scheitern, okay? Du musst übrigens...